Ich habe das Los in der Logenapothek in Lingen gekauft. Ich habe tatsächlich nur zwei Lose gekauft. Eins war dann der Goldbarren und eine in Italien auch. Völlig unglaublich. Ich hatte mich vorher mit meinem Mann unterhalten, dass man bei dieser Aktion hier meistzeitig eh Lose für die Freilichtbühne oder so gewinnt. Und da sagte mein Mann, ja aber eine Arbeitskollegin von mir, hat schon mal einen Goldbarren gewinnt. Und da sagte ich, das ist ja verrückt, das habe ich noch nie gehört und mache das Los weiter auf und denke, ach siehste, auch einen Goldbarren. Ich denke, ich werde über unseren Sportverein, den Holthausen-Biene, noch ein paar Lose mehr kaufen, einfach um auch die Sportvereine noch zu unterstützen.